hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video ja heute gibt es ein weiteres review und zwar zu einem netflix film oder naja eigentlich ist keine jetzt da kommen wir gleich noch zu sprechen darauf es geht um enola holmes ja der jetzt auf netflix zur verfügung steht also könnt ihr euch dort anschauen film ist ja eigentlich so ein corona opfer der sollte ja eigentlich von warner ich glaube im april oder so in die kinos kommen wurde jetzt ja ihr wisst wieso ja gleich auf aus von netflix aufgekauft hat sich die rechte gekauft und wurde jetzt dort halt veröffentlicht also nicht in kino gekommen ja enola holmes wir haben dort henry carville als sherlock holmes dabei millie bobby brown die bekanntes aus stranger things und irgendwo noch ja das ist eigentlich jedem bekannt sein die dort halt die enola holmes spielt ja wer nicht wundert wie enola holmes wer ist denn das habe ich ja noch gar nichts gehört ist von einer buchreihe wohl was ich so mitbekommen habe ich nie was von gehört habe ja ich habe auch vorher noch nie gehört dass das sherlock holmes schwester haben soll wir wissen dass er ein bruder hat minecraft ja der auch hier mit dabei ist wie sagt wir haben die beiden brüder minecraft und sherlock holmes die früh von zu hause ausgezogen sind und enola holmes zurückgeblieben ist bei ihrer mutter ihre mutter hat ja alles beigebracht ja und ja dann war die mutter ist die mutter auf einmal verschwunden die beiden brüder kommen in ihr heimathaus zurück ja minecraft hat sozusagen das sorgerecht jetzt er möchte dass sie halt auf eine ja und die schule geht oder ein wie heißt das naja zur schule geht und ja sie will das natürlich nicht sie will ihre mutter finden und ja reist aus macht sich auf die suche also reist nach london macht sich auf die suche ihre mutter trifft dabei noch auf einen jungen den sie da noch das leben rettet der so ein bisschen ähnlich ist wie sie und ja da machte sie sich auf die reise und ja um ihre mutter zu finden ja wieso ich das jetzt hier so langweilig runter plätscher ist einfach dieser film ist verdammt langweilig also fangen wir erstmal den positiven an der film sieht gut aus der ist gut gemacht diese die zeit wurde gut eingefangen ja auch mit henry cavill hier als als sherlock holmes auch einen guten schauspieler wie gesagt die spielen da wirklich bloß eine kleine rolle wirklich millie bobby brown später eine ja die größte rolle die meisterrolle wir haben auch so diese vierte ebene spricht oft mit dem publikum was ich eigentlich sehr cool finde was das ganze so ein bisschen auflockert so ist das auch alles gut inszeniert gut gemacht gut gedreht da will ich auch gar nicht drüber meckern aber es gibt dann halt ein paar schwachpunkte das ersten die ganze story die ist halt irgendwie plätschert diese vor sich hin die ist irgendwie so ich weiß nicht der film konnte mich zu keiner zeit so richtig packen irgendwie es war alles so belanglos irgendwie so 0815 ich weiß nicht das hat alles ich weiß hat ja diese diese ich sag mal sie ist sie will ja sie ist ja so ähnlich wie sherlock aber das ist irgendwie so dieses was du bei diesen sherlock holmes film hast immer diese detektivarbeit irgendwie das kommt ja alles so als ob ihr das immer so in die hand fällt so irgendwie so rüber weiß ich nicht kommt alles irgendwie so null rüber das ganze ich glaube wir haben da noch so ein bisschen mit emanzipation der frau da mit drin irgendwie was was aber auch irgendwie so nur manchmal so angerissen wird aber auch null tiefe hat oder irgendwie null da irgendwie was eine rolle spielt dann muss ich noch dazu geben wie gesagt so ist der film plätschert der vor sich hin ist öde man will eigentlich hofft eigentlich das endlich zu ende es geht auch viel zu lang wenn er so vielleicht 90 minuten hätte man sich da vielleicht noch ein bisschen begeistern können aber der geht ja knapp über zwei stunden also für mich ein absoluter reinfall ich hätten so vielleicht noch eine 3 von 5 gegeben weil wirklich gut gemacht ist aber ich muss auch so ich bin ich bin einfach kein fan von dieser millie bobby brown das ist für mich einfach ich weiß ich mag die irgendwie nicht das ist ich will ihr da jetzt nichts böses oder sie kann auch schauspielern das will ich auch nicht absprechen aber es gibt manchmal so schauspieler oder so personen hier vielleicht wo die einfach unsympathisch sind wenn ihr die seht ihr werdet mit denen einfach nicht grün sage ich mal ja und das ist bei mir so mit millie bobby brown ich finde irgendwie so unsympathisch diese diese frau diese und das nervt mich dann immer so wenn ich die sehe oder so das ist dann so ja weiß ich nicht irgendwie packt mich das nicht darum muss ich einfach noch mal einen punkt abziehen darum kriegt der film von mir eine 2 von 5 wie sagt die 3 von 5 wäre auch sehr wackelig gewesen und wie sagt die schauspielerin jetzt hat nochmal den letzten ausschlag gegeben dass er nicht bloß ein 2 von 5 ist der film hat mich null unterhalten konnte mich nicht mitnehmen vielleicht bin ich aber auch nicht die altersklasse für diesen film aber das ist so meine meinung ihr könnt mir gerne mal in den kommentar schreiben wie ihr den so findet ja ob ihr den schon gesehen habt und ja wie eure meinung da ist wenn ihr den anderen seht könnt ihr gern mit begründung natürlich nicht einfach nur reinschreiben du hast keine ahnung ich fand ihn geil bringt mich nicht weiß ich nicht wieso er den geil fandet ja in diesem sinne ja wenn euch das video gefallen hat gebt ein daumen nach oben lasst ein abo da aktiviert die glocke damit kein video mehr verpasst in diesem sinne soll es gewesen sein vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten video bis dann ciao